Ja Leute, die purpurrote Bastille Maito Gai greift ein. Wie geil, 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 wie geil. Oh, das freie ich jetzt. Leute sind hier? Jetzt, Kakashi. Wo ist Naruto? Er war hier, nicht wahr? Naruto wird in einem anderen Ort geplant. Jetzt, bis Naruto hier zurückkommt, müssen wir so viel Zeit kaufen, wie wir können. Hör auf, Leute. Jetzt, ich nehme das. Von hier an raus, die blöden Böse wird in die Hand nehmen. Du hast Gehre, ich gebe dir das. Aber das ist alles, was du hast. Interessiert mich diesmal gar nicht. Oh, wie geil ist das einfach nur. So, ich kann ja sogar ulti. Wett mal gerade auf. Wett ich auch gleich mal machen. Komm! Ah, war das klapp. Komm, wirf was. Wirf was. Ah. Ja, geht doch. Dieses Gespamme geht mir voll auf die Eier. Wadah. Komm, das muss jetzt treffen. Oh, doch nicht. Okay, irgendwann habe ich das geschafft. Ich hasse das, dass man da nicht das Tauchschild so sehen kann. Madara. Das kann ich doch aber auch irgendwie in der Kombo machen. Madara. Madara. Ja, man, ich spame jetzt auch Shuriken. Kann ich genauso. Jetzt aber, komm. Mua, shit. Da habe ich echt das Timing verkackt. Das wird halt natürlich wieder mal kein Rang S. Aber egal. So ein Trick. Das war schon mal. Der hat mir jetzt nicht das ist. Das war so nah. von Möglichkeiten. Wenn der me aktuell ist, dann muss ich einfach den nächsten meen. Was ist er? Es ist Zeit für den Blumen 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 zu sagen, und sich in den Krimzenbeast. Kai-sensei, du kannst du nicht in den Krimzenbeast. Nein, du kannst du das nicht. Niemand will dich so weit weg. Du kannst du dein Leben nehmen. Nein. Das ist das, was ich will. Kai-sensei, hat der Zeit wirklich kommt, Kai-sensei? Ha, ha, ha. Erinnerst du, du hast es mir schon gezeigt. Was? Ich will prove, dass selbst wenn ich nicht benutze ninjutsu oder denjutsu, ich kann trotzdem ein großartiger Ninja. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Es ist ein guter Ziel. Ein guter Ziel, wertvolles Ziel für dich. Also, du musst einfach in dein eigen Weg und weitergehen. Du kannst dich nicht und wirst du, wirst du dich und wirst du dich fühlen. Kai-sensei, bitte, mich an! Das ist, ich werde meine Ninja-Waste wirst einmal und für immer! Meine Mutter hat mir diesen starken Körper. Und mein Vater hat mir die Flamen der Jungen. Ich habe den Schmerz des von meinen Freunden. Also, ich habe die Möglichkeit, zu besuchen, den acten, zu schützen, meinen eigenen Ninja weg von dir. Ich bin glücklich. Jetzt, ich muss es schützen, bis zum Ende. Lee, die Flamen schützen, die Flamen Das wird die Flamen Die Flamen werden. Ja, Herr, das ist. Das ist schon. Das ist los! Geid! 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 Ich Darling die Flamen auf! Geid! Geid! der Flamen Jetzt geht's ab. Der Sense geil geht ja dermaßen ab. Oh, heilige Scheiße, heilige Scheiße, heilige Scheiße, hohohoho, wie ein geiles Dustin, alter. Heilige Scheiße, heilige Scheiße, aber das macht Laune. Uh. Uh. Madara, du hast irgendwie nicht so viele Chancen, heilige Scheiße. Wirkt man nicht so. Okay, jetzt kommt das. Okay, jetzt kommt wieder Preak Tunnel Event. Oh, das wird jetzt episch. Okay. 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 Oh. Okay. das tut mir immer daran das sah schon im anime sogar mal geil aus aber hier sieht es genauso geil aus da kommt noch was was ein a hey wieso habe ich einen a rang bekommen ich hatte volles leben es tut die spiegel ist hat und ist Was ist dieses Gefühl? Das war Kai's final move. Kai-sensei! 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 Was ist das? Warte einen Moment. Selbst wenn er die Garten der Todesmacht hat, seine Schmerzen werden schlimmer. Er ist vivo. Was? Kai-sensei nicht. Er ist tot. Er ist noch... Wirklich? Lee! Hurry up und mach Guy auf die Medikamente! Ja, Herr! Wer hat jemanden geschaut? Aber wer? Wer hat mich an, ist so? Wer hat mich an, was? Ich habe eine Gefahr. Das ist warum. Ich konnte dich leicht bemerken. Mal und mal. Wie viele Mal musst du mich beschweren, bevor du dich entspricht? Naruto Uzumaki! Ich finde das jetzt immer noch zum Kotzen. Wieso habe ich ein verdammtes Rang A bekommen? Habe ich zu lange gebraucht oder was ist los? Kann ich das irgendwie auch sehen? Aha. 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 Was ist das EA Abschlussverhältnis? Achso. Für Kampf wiederholt kriegt man auch einen Abzug, wie es aussieht. Aha. Aha. Verstehe ich immer noch nicht. Aber es kotzt mich trotzdem an. Sag ich euch. Mit einem Ninio zu dreimal treffen. Nur das Gegenangriff Teil habe ich nicht gemacht. Na, ist auch egal. Ist mir jetzt echt rain. Das kotzt mich trotzdem übel an jetzt. Der letzte Kampf beginnt. Aber wie gesagt, ich habe ja im letzten Part schon angekündigt, dass ich dem Part voll und ganz ganz egal widmen werde. Weil ich den auch als Thumbare machen will. Aber dieser Kampf wird auch ziemlich cool. Deswegen werde ich jetzt den Part beenden. Ich weiß, dies war ein kurzer Part. Aber dafür wird der nächste wahrscheinlich wieder dermaßen lang. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.